Die griechische Feuerwehr kämpft in einem südlichen Vorort von Athen bei stürmischem Wind gegen einen Waldbrand. Mit Hubschraubern wird versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner sind zur Evakuierung aufgerufen. Der griechische Katastrophenschutz rief dazu auf, bestimmte Gebiete zu verlassen, da sich die Flammen den Häusern bis auf wenige Meter genähert hätten.